Ein Kreimsgedicht von Wolkostorfer Seben aus Urgsberg im Obermühlfiedl. Es wird schon bald Fenster, bald Fenster wird's gleich. Der Tag da ist um, der Tag ist vorbei. Das ist bei uns Kupf, der Katscht, Kupf wie gesprungen. Wir sind Popo, wir sind tolerant. Wir sind cool und wir sind voll entspannt. Das ist ein bedauerlicher Zwischenfall, aber der ist schon abgeholt worden. Was soll's gibt? Atemlos durch die Nacht, hab Geschenke mitgebracht. Atemlos schwindelfrei, große Weihnachtszauberei. Postel, was treibst? Mach auf du! Der Lohm sieht ein Rüezenit. Ich trete dich rein, will Eier. Haut die Gatte, da hat's kreichelt. And after that I heard the alert of a firemen Brigade. And I thought that it's not usually in my home country, that some firemen are coming, du kon' celebrate Christmas. Manchmal schau ich oft noch zu dir stehen. Manchmal lebe ich mein Leben ganz gern. Amal gingen wir nach Haus. Amal hüse jeder oben draus. Amal pats und kreie合eln. Bis zum nächsten Mal.